Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Programmierung in C. Heute geht es wieder mal um Arrays, wie wir es hier schon zu sehen bekommen. Und ja, heute soll es darum gehen, wie benutzen wir Arrays mit Funktionen. Dazu brauchen wir logischerweise erstmal eine Funktion, zum Beispiel einfach eine Void, die mir mein Array ausgibt. Damit ich das hier nicht jedes Mal extra schreiben muss, jedes Mal wenn ich mein Array ausgeben möchte, kann ich einfach eine Funktion schreiben, die mir diesen Array ausgibt. Okay, print Array. So, und was wir jetzt hier machen, ist, wir möchten dieses Array hier als Parameter reingeben. Aber das soll natürlich für Arrays funktionieren, die nicht nur Länge 10 haben, sondern die beliebige Länge haben. Das wäre natürlich ziemlich cool. Okay, dazu sagen wir hier erstmal, wir brauchen eine Funktion und wir kopieren uns den Code hier rein. Okay, so. Und hier oben wollen wir dann zum Beispiel noch das da haben. Also nicht eine neue Zeile, sondern eine eckige Klammer auf. Das macht man normalerweise bei Arrays. Und ganz am Ende hier wollen wir noch eine eckige Klammer zu haben. So. Das ist jetzt eine wunderschöne Funktion, die mir mein Array ausgibt. Nur irgendwie habe ich noch kein Array. Mir fehlt dieses Array hier noch als Parameter irgendwie. Und deswegen sage ich hier drin, ich möchte mein Array mit übergeben. Das funktioniert mit Funktionen als Parameter, also mit Arrays als Parameter funktioniert das ganz gut. Da kann man einfach sagen, int param Klammer Klammer. Und jetzt haben wir, oder in unserem Fall heißt das Ding A, jetzt haben wir hier ein Array mit übergeben mit beliebiger Größe. Wenn ihr immer nur eine feste Größe entgegennehmen wollt, dann macht ihr 10. Weil wir haben jetzt hier uns implizit mit dieser Vorschleife schon auf diese 10 festgesetzt. Und die Größe von unserem Array, die steht ja nirgends. Die haben wir ja nicht irgendwie parat. Da müssen wir noch irgendwie was machen. Jetzt aktuell übernehmen wir einfach immer eine Array mit der Größe 10. Und ja, das kann ausgegeben werden. Wie gesagt, wenn ihr beliebige Größen haben wollt, dann macht ihr das so. Allerdings habt ihr dann hier unten ein Problem. Und was man dann meistens macht, ist, man sagt hier, ich hätte gerne noch ein Integer, nämlich Size. Und Size gibt mir dann an, wie groß ist dieses Array im Endeffekt. Und ja, ich kann jetzt hier einfach sagen, mein i läuft nicht bis 10, sondern bis Size. Und dann kann ich alles ausgeben, so wie es sein soll. Okay, ja, rufen wir doch die Funktion einfach mal hier auf. Und das wäre dann Print Array, Klammer, Klammer, Semikolon. Und jetzt kommt hier rein ein Array, unser A logischerweise. Wie gesagt, das Ding muss nicht A heißen, es kann heißen, wie es möchte. Also stecken wir hier A rein. Und wir müssen die Größe angeben. Die Größe ist 10. Die speichert man sich auch öfters mal noch als extra Wert oder sowas, um da einfach ein bisschen mehr Flexibilität zu haben. So, also A, 10 wird mit übergeben in unser Array rein. Und wir führen das Ganze einfach mal aus, um zu gucken, was passiert. So. Oh ja, der Fehler hier unten, den möchte ich eigentlich euch nicht zeigen. Das war ein Versehen meinerseits. Ich habe hier vergessen, mein i vorher zu definieren. Und das habe ich ja hier oben schon getan gehabt. Aber der andere, der ist interessant. So. Jetzt haben wir hier Conflicting Types for Print Array. Dann lasst uns das Ganze nochmal aufräumen, damit wir es besser sehen können. So. Manche von euch werden diesen Fehler vielleicht schon öfters gesehen haben. Aber eigentlich ist es gar kein Fehler, sondern wenn ihr hier genau lest, nur ein Warning. Und ja, das liegt daran, je nachdem welchen Compiler ihr benutzt, je nachdem welche Bibliotheken und so weiter. Wobei eigentlich liegt es so am Compiler. C ist nämlich eine sehr, 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 sehr alte Sprache. Und das Problem ist, dass wir hier eine Funktion aufrufen, die noch nicht kompiliert wurde. Wir gehen hier also durch den Code durch. Und sehen hier, aha, wir wollen Print Array aufrufen. Aber wir haben noch kein Print Array bisher gelesen, denn wir fahren ja von oben nach unten durch. Und deswegen definieren wir uns hier implizit eine Funktion, die dann später erst kommt. Und ja, deswegen kriegen wir hier dann auch diese Schwierigkeiten von wegen, die Funktion ist eigentlich noch nicht da. Warum der Fehler bei mir noch nicht oder das Warning bisher noch nicht bei mir aufgetreten ist, weiß ich nicht. Hat mich ehrlich gesagt gewundert. Ich wollte darüber eigentlich schon lange was sagen, aber irgendwie ist es nicht gekommen. Deswegen dachte ich, ja, ja, neue Version, okay, sie haben es gefixt. Aber scheinbar, ja, habe ich ihn doch. Okay. Aber ihr dürft ihn einfach ignorieren. Also wenn wir das Ganze ausführen, dann kriegen wir trotzdem die Ausgabe, die wir uns erhofft hatten. Und ja, das Warning liegt einfach daran, dass die Funktion unterhalb unserer Main-Funktion liegt. Wenn ihr eure Funktion über die Main-Funktion kopiert, also ausschneidet, weil unten drunter dann nicht nochmal und das Ganze kombiniert, dann kriegt ihr auch nicht mal mehr ein Warning. Und wenn ihr bei eurem Compiler den Fehler oder die Fehlerausgabe ignorieren wollt, W-Error, dann ist auch nichts da. Also wenn ich das jetzt unten drunter wieder mache, kriegen wir ja theoretisch wieder das Warning hier. So, und wenn ihr jetzt, ach doch, ist noch da. Okay, ignoriert, was ich gerade mit W-Error gesagt habe. Es gibt trotzdem einen Fehler oder einen Warning. Und es funktioniert einfach wunderbar auch so. Also, es funktioniert alles so, wie es soll. Und ja, jetzt haben wir gesehen, unsere Funktion hat unseren Array wunderbar ausgegeben. So, jetzt noch eine zweite Variante, äh, dritte Variante eigentlich, weil wir haben ja hier noch die mit der Size hier drin. Eine dritte Variante, wie wir das Ganze übergeben können und das sind Pointer. Und Pointer schreibt man mit so einem komischen Sternchen hier. Äh, doch nicht da. Vorne dran. Also vor dem A kommt so ein kleines Sternchen. Und ja, das, ähm, werden wir wahrscheinlich in mehreren Videos klären, was Pointer sind und wie die genau funktionieren. Aber im Prinzip tut das in etwa dasselbe. Ähm, soviel zunächst mal dazu. Jetzt wird es wahrscheinlich weitergehen mit Pointern. Also nächstes Video dann. Und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.